Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist mal wieder Zeit für eine Monatsbox, wir haben ganz viel gespielt und Carina unterstützt mich mal wieder tatkräftig. Hallöchen! An dieser Stelle natürlich wie immer schöne Grüße auch vom Tim, der ist definitiv beim nächsten Mal dabei, aber beruflich im Moment gerade sehr eingespannt, von daher klappt das nicht alles, also vor allen Dingen auch dann gemeinsam einen Termin zu finden für die Aufnahme, aber wir haben ihn fest für die April-Folge, die wir Anfang Mai ausstrahlen, dann eingeplant, sodass wir dann auch von ihm wieder neue Spieleindrücke bekommen. Wir sind gespannt! Wir haben zehn Spiele, also einen ganzen Sack voll in Anführungszeichen. Es sind bei mir vor allen Dingen sehr viel leichtere Spiele dabei. Lag auch daran, dass ich jetzt im Urlaub meine Eltern mit dabei hatte, da war das Spiellevel alles ein bisschen niedriger. Teilweise auch ein paar kooperative Sachen dabei. Ja, und ich denke mal, wir fangen mal direkt an mit Tower Bricks. Tower Bricks ist ganz frisch bei Cosmos erschienen von Simon Thomas. Wir können das mit bis zu sechs Leuten spielen. Und ja, eine Partie geht relativ kurzweilig, 20 Minuten maximal. Altersangabe ist ab zehn Jahren, würde ich auch schon sagen, weil hier doch einiges auch an, wie soll ich mal sagen, an Nicht-Abstimm-Bedarf da ist, weil wir dürfen ja eigentlich wieder nicht miteinander reden oder nicht in dem Maße reden. Jeder bekommt, je nach Schwierigkeitslevel, das finde ich ganz nett gemacht, also die Karten haben so einen gewissen Schwierigkeitslevel, legen wir vorher fest, welchen Schwierigkeitslevel wir erreichen wollen und teilen dann dementsprechend Karten aus. Und auf diesen Karten stehen dann sogenannte Bauanweisungen. Dazu nutzen wir im einfachen Level acht Bausteine, jeweils zwei in zwei Farben. Und diese Bausteine müssen wir dann zu einem Turm oder einem Gebilde zusammenfügen. Und das, was auf diesen Karten draufsteht, heißt an der Stelle beispielsweise, Blau darf nicht unten liegen. Oder alle waagerechten Steine dürfen nicht verbunden sein mit irgendwelchen senkrechten Steinen. Oder Grün muss auf jeden Fall ganz oben liegen. Oder es müssen zwei Steine mit einem dritten Stein in irgendeiner Form verbunden sein. Also es sind ganz viele Anweisungen, die wir eben halt auf diesen Karten haben. Und das, was wir jetzt machen, ist halt zu bauen, ohne dass wir explizit sagen, hey, das ist meine Karte und so dürfen wir nicht bauen, sondern eben halt durch das gemeinschaftliche Bauen und durch das gegenseitige Abfragen, kann ich das bauen, ist das für dich okay oder ist das nicht für dich okay, erreichen wir dann am Ende das Level. Da sind verschiedene Schwierigkeitsstufen mit drin und ein grüner Kartensatz, ein roter Kartensatz, der dann sogar noch ein bisschen schwieriger wird. Wir fanden es recht unterhaltsam. Es ist aber auch jetzt nicht dieses Wang-durch-die-Decke-G-Spiel, so ein nettes Wohlfühlspiel, wenn man mal so einen verregneten Nachmittag hat, um eben halt so ein bisschen, anstatt im Sand zu spielen, dann auf dem Spieltisch dann Burgen zu bauen. Ja, da bin ich mal gespannt auf Fotos, die du einblendest. Ich habe das noch nicht so richtig in Action gesehen, das Spiel. Ich habe davor gehört, aber ich muss mal sehen, wie das aussieht. Ja, also Action findet jetzt hier nur sehr begrenzt statt, muss ich sagen. Also ich werde keine bewegten Bilder machen. Wir haben auch jetzt nicht unbedingt einstürzende Türme, aber es ist doch ganz nett. Und es ist spannend, wie aus unterschiedlichen Karten dann doch, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent halt auch Turmgebilde entstehen können. Es gibt natürlich auch Kartensätze, die sich komplett ausschließen. Das funktioniert dann nicht. Das haben wir auch schon einmal gehabt. Aber wie gesagt, einmal von, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Partien wir mittlerweile haben, also auf jeden Fall locker im zweistelligen Bereich. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ansonsten haben wir da eigentlich immer eine Lösung gefunden und waren dann auch ganz zufrieden damit. Ja, das war Tower Bricks bei Cosmos erschienen. Simon Thomas, nettes Familienspiel zwischendurch. Ja, schöner Opener. Danke. Ja, das erste Spiel, das ich heute dabei habe, ist bereits, sag ich mal, hoch dekoriert, weil es in diesem Jahr bereits den Astor gewonnen hat. Es handelt sich um Trio und ich finde das wirklich schön, dass so ein kleines Spiel, ich glaube, das hat nur 36 Karten, so große Aufmerksamkeit bekommt. Denn es muss ja nicht immer das Spiel in der großen Schachtel sein, dass Aufmerksamkeit oder Preise bekommt. Und da hat sich jetzt mal so ein kleines Schätzchen durchgesetzt. Und ja, in Trio sammeln wir halt Drillinge. Das ist jetzt grundsätzlich keine große Aufgabe, aber es spielt mal wieder ein fieser, kleiner Memory-Effekt mit. Und der ist für die meisten, also für mich zum Beispiel, doch immer wieder eine größere Herausforderung. Und ja, ich kann Trio daher auch gar nicht so als Absacker spielen. Also ich brauche dafür eigentlich immer alle meine Sinne und spiele das lieber zu Beginn einer längeren Spiele-Session. Ja, wir haben hier Karten mit den Werten von 1 bis 12 und die werden gut gemischt und unter allen Mitspielenden aufgeteilt. Einige kommen davon halt eben auch verdeckt noch in die Tischmitte. Und wichtig ist dann, dass wir alle Karten aufsteigend auf der Hand sortieren. Denn auf die Reihenfolge kommt es halt in diesem Spiel auch an. Denn wer in der Reihe ist, der darf halt andere bitten, ihre höchste oder niedrigste Karte herzuzeigen. Man darf aber auch beispielsweise Karten in der Mitte halt eben aufdecken und gucken, was sich darunter so versteckt. Ja, und sind die beiden ersten aufgedeckten Karten nicht gleich, dann ist der Zug vorbei und man sollte sich dann gut merken, was man da so gesehen hat. Weil das wird dann für die nächsten Züge wichtig. Sind die beiden aufgedeckten Karten gleich? Darf man dann noch einen dritten Versuch starten? Um so ein... Ups. Um ein Trio zusammenzubekommen. Und ja, das kann man dann dadurch erzielen, dass man die dritte fehlende Karte bei einem Mitspielenden findet oder halt eben, dass man sie selber auf der Hand hat, was natürlich die einfachste Möglichkeit ist, um das Trio dann zu vervollständigen. Wichtig ist, dass man das auf der eigenen Hand dann halt eben auch, also darf man nur die Karte spielen, die halt eben die niedrigste oder die höchste ist. Man darf die nicht halt irgendwo zwischendrin rausziehen. Ja, und dann steht dann ein Trio aus Karten mit derselben Zahl. Dann nimmt man diese als Set vor sich und dann ist der Nächste an der Reihe. Ja, man muss sich dann halt natürlich immer gut merken, was man so bei den anderen gesehen hat. Und dann ändert sich natürlich auch die Situation immer ganz schnell wieder dadurch, dass andere halt eben auch gut aufpassen und dann durch die Vorarbeit der anderen halt eben abstauben können. Ja, und wenn man dann als erster drei Trios gesammelt hat, dann hat man halt gewonnen. Und man hat auch sofort gewonnen, falls es einem gelingt, das Trio aus den Siebener-Karten zu sammeln, weil das halt eben das in der Mitte ist oder relativ in der Mitte ist und das ist am schwierigsten halt zu bekommen. Passiert aber auch schon. Also habe ich schon erlebt. Naja, und es gibt da noch die sogenannte pikante Variante, in der hat man schon bei zwei Trios gewonnen. Dabei geben dann oder gibt das erste Set sozusagen vor, welches Partner-Trio man sammeln muss. Die habe ich aber, die Variante habe ich nur gar nicht gespielt. Mir hat die Grundversion bislang völlig ausgereicht. Ich muss es nicht noch schwieriger machen. Ja, also mir hat das auch immer in den Runden großen Spaß gemacht, kam immer gut an. Und ja, ich kann das halt auch verstehen, dass es Preise bekommen hat. Geht wahrscheinlich noch so weiter dieses Jahr, denke ich. Ja, mal gucken. Also es wurde zumindest bei dem einen oder anderen Euro schon ganz gut besprochen. Ja. Wer übrigens noch mehr zum Merkspielen haben möchte, ist der aktuelle Brettspielmechanismus, den ich am Sonntag bekannt gegeben habe, als hätten wir uns abgestimmt. Nee, haben wir nicht. Ging um das Thema Memo-Spiele. Also da könnt ihr gerne auch nochmal reingucken, blende ich auch hier ein. Ein Spiel, was auch immer sehr gerne mit in den Urlaub kommt, ist Stadt, Land, Fluss. Denn wir brauchen eigentlich nur einen Zettel und einen Stift oder mehrere Zettel und einen Stift. Und da kam jetzt mir ganz zu pass, dass es von Moses Stadt, Land, Boom gibt. Ein Spiel, wo eigentlich das Stadt, Land, Flussprinzip mit integriert ist. Und wir haben noch eine Sanduhr, die das Ganze eben halt noch ein bisschen beschleunigt. Am Anfang einer Runde werden drei Plättchen aufgedreht oder umgedreht. Da steht vor mir aus Gewässer, Getränke, Kleidung, Firmen und Marken oder sonst was. Übrigens lustigerweise auch solche Sachen wie Flüche und Schimpfwörter. Und dann kleingedruckt, ihr spielt mit Kindern, dann könnt ihr diese Kategorie auch aussortieren. Habe ich aber blöderweise erst spät gelesen. So hatten wir in der Runde doch argen Spaß, ganz viele Flüche und Schimpfwörter uns um die Ohren zu hauen. Dann wird gewürfelt. Und auf diesem W20 ist dann ein Buchstabe zu sehen. Und dann wird eine Sanduhr umgedreht, ganz langsam bis 5 gezählt. Und dann ist der Erste dran, der jetzt praktisch einen Begriff, also beispielsweise Getränk mit L, dann nennen muss. Also es liegen immer, wie gesagt, drei Begriffe aus. Man kann sich einen davon aussuchen. Dann dreht man die Sanduhr um, gibt sie dem Nächsten. Der muss halt dann gucken, dass er innerhalb dieser Sanduhrzeit jetzt einen Begriff mit L findet, der auf die Kategorie passt, die da gerade ausliegt. Gelingt das nicht, hat er Pech gehabt, dann kriegt er einen dieser Chips, darf also eben halt sagen, nee, diese Kategorie möchte ich nicht mehr wieder spielen. Also wird eine neue Kategorie in die Mitte gelegt und es geht so lange weiter, bis eine Anzahl von Minus-Chips vergeben worden sind, je nachdem, wie viele Mitspielende wir dabei haben. Und ich finde, das ist eine ganz witzige Stadt-Land-Fluss-Variante, wenn man halt dieses auf dem Papier nicht haben möchte, wo man, naja, irgendwann, wenn man Stadt-Land-Fluss spielt, gefühlt alle Begrifflichkeiten schon durchgenudelt hat. Und so, dass es hier nochmal eine andere Art des Stadt-Land-Fluss-Spiels ist. Ist bei Moses erschienen, wieder in dieser kleinen Aufziehschachtel, die man wunderbar auch mitnehmen kann. Hochwertiges Material, also fand ich richtig gut. Ja, das klingt doch nach einer lustigen Unterhaltung mit den Flüchen, da wäre ich dabei. Ja. Und wir haben keinen Drehwurm bekommen. Ah ja, okay. Gut, das nächste Spiel... Okay, jetzt hast du die Überleitung nicht mitbekommen mit dem Drehwurm, aber ist nicht schlimm. Aber ich verstehe es auch immer noch nicht, kannst du gleich erklären. Das nächste Spiel, das ich im März 4 gespielt habe, ist The Vale of Eternity. Das ist sehr gehypt, wie ich finde. Ich finde, es ist auch ein schönes, gutes Spiel, aber ich kann das Ausmaß des Hypes jetzt nicht unbedingt in dem Maße nachvollziehen. In Vale of Eternity sind wir in einer reinen Fantasy-Welt mit Monstern, Geistern, Drachen unterwegs, die jeweils fünf unterschiedlichen Elementen zugeordnet sind. Im Prinzip haben wir hier aber, ja, einen kartenbasierten Engine-Builder, der von uns ganz schön viel Optimierung verlangt, aber auch sehr glücksabhängig ist, ob man das halt bekommt, was man gut gebrauchen kann. Ja, in jeder Runde werden je Mitspielendem zwei Karten in die offene Auslage gelegt, aus denen wir dann auswählen können. Der Startspieler tätigt halt seine erste Wahl, legt seinen Marker halt auf eine Karte, die er unbedingt haben will, dann der zweite, dann so weiter bis zum letzten. Der legt dann zwei und dann geht es halt wieder zurück. Ja, auf diese Weise beansprucht halt jeder zwei Karten und dann geht es in der Aktionsphase, die danach kommt, darum zu überlegen, was wir mit den Karten halt eben anspielen. Dass wir die Karten nehmen, ist eine Option. Wir können sie aber auch verkaufen und dann, ja, es ist halt auch wichtig, dass wir halt eben durch diesen Verkauf an Runensteine kommen. Mit denen müssen wir nämlich Karten, die wir ausspielen wollen, vor uns in die offene Auslage, bezahlen. Und dieses Haushalten mit den Runensteinen ist ein ziemlich interessanter, guter Kniff. Das ist nämlich wichtig, weil wir davon immer nur maximal vier haben dürfen. Die gibt es in den Werten eins, drei und sechs. Und, ja, wir bekommen, wenn wir mit denen bezahlen, auch nie Wechselgeld. Das heißt, wir müssen halt eben schauen, wie wir damit halt gut haushalten. Ja, Karten, die wir vor uns ausspielen, ja, können Einmaleffekte haben oder auch einen dauerhaften Nutzen bringen. Manche führen halt dazu, dass man in dieser Aktivierungsphase, die man danach noch dann spielt, Runde für Runde Boni einbringen. Und wir spielen übrigens maximal zehn Runden oder so lange, bis halt einer der Mitspielenden über die 60 Punkte kommt. Und jetzt weiß ich wahrscheinlich, was du mit Revo meintest, diese Zählleiste, die wir da lang laufen. Ach so, okay. Dann stehe ich heute auf dem Schlauch. Ja, okay. Ja, also wie gesagt, das ist das alternative Ende, dass man über die 60 Punkte kommt. Und das kann aber auch durchaus schon mal passieren, dass man das erreicht, bevor man halt eben in die zehnte Runde gekommen ist. Bei uns ist es tatsächlich am meisten passiert. Wir sind immer, also ich kenne kaum eine Partie, wo wir nicht über die 60 Punkte gelaufen sind, bevor dann die zehnte Runde abgeschlossen war. Okay, nee, das kenne ich so nicht. Na ja, gut. Aber jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Ja, das Spiel, finde ich, lebt davon, dass man es halt eben schafft, tolle Kartenkombinationen zu bekommen. Also, dass man so eine richtig gute Punkte-Engine aufbauen kann. Ja, es gibt beispielsweise Karten, die man nach jeder Runde wieder auf die Hand nehmen kann. Und wenn man sie dann in der nächsten Runde wieder ausspielt, bekommt man immer wieder Punkte halt dafür. Also, meine Lieblingskarte diesbezüglich, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Christoph, ist der schlammige Schleim. Leute, ich sage euch, wenn ihr die bekommen könnt, am besten noch in Kombination mit dem Basilisken, glaube ich, für den kriegt man immer wieder Einkommen, dann holt euch die, damit spielt ihr immer vorne mit. Habe ich zumindest in mehreren Partien so erlebt. Ja, und wenn man halt eben das Glück hat, dass die Karten gut ineinander greifen, dann macht das Spiel echt Spaß. Aber man kann halt, und das habe ich auch erlebt, echt Pech haben, dass die anderen einem immer genau das, was irgendwie passen könnte, irgendwie vor der Nase wegschnappen. Ja, ansonsten, die Gestaltung des Spiels ist echt cool, aber auch nicht jedermanns Sache, habe ich erlebt. Naja, jede Elementart ist auch von einem anderen Künstler gestaltet. Also da hat man sich wirklich Mühe gegeben, das halt eben individuell zu gestalten. Es spielt auch noch so ein Drachenaufsteller mit, der irgendwie leider keine Funktion hat irgendwie in dem Spiel. Ich habe mehrere Partien lang gedacht, irgendwie kommt jetzt eine Karte, die mir sagt, ja, du darfst jetzt den Drachenaufsteller nehmen. Aber nein, keine Funktion. Ich stelle ihn immer dekorativ zur Seite. Naja, aber was mich an dem Spiel halt wirklich nervt, das haben halt viele andere auch schon gesagt, ist dieses blöde Arrangieren der Karten halt rum, um dieses Element-Tableau. Und ja, man muss halt immer wieder die Karten nehmen, nochmal nachlesen, was steht da drauf, was haben die für einen Effekt. Und man sieht dann die Hälfte der Karten auf dem Kopf. Und ja, ich finde, das nervt halt schon ein bisschen. Und weil man halt immer gleichzeitig überlegen muss, wie gut oder schlecht passt die Karte jetzt zur eigenen Engine. Und daher, je größer die Runde wird, habe ich die Erfahrung gemacht, in der man spielt, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Und dann spiele ich es doch lieber zu zweit oder dritt, weil danach ist es für mich einfach too much Karteninformation auf dem Tisch. Das kriege ich nicht mehr verarbeitet. Jetzt hast du genau meinen Drehwurm beschrieben, den ich meinte, insbesondere wenn du in voller Besetzung spielst, sondern erst mal, weil die Karten ja dann auch noch genau in diesem Stern angegliedert sind. Und du bist dann permanent nur so am Gucken und was steht da denn noch drauf. Und also das empfand ich gerade bei den Erstpartien wahnsinnig anstrengend. Es ist unheimlich viel Text auch zu lesen. Also das sollte man berücksichtigen. Hat man dann noch den Effekt, dass es mir dann jetzt positiv geglückt, aber jetzt unbeabsichtigt, dass jemand das Spiel schon häufiger gespielt hat, während die anderen das erste Mal spielen, sind die anderen gnadenlos abgehangen, weil die gar nicht so schnell mitkriegen, wo bestimmte Kombinationen halt da sind. Also da kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl mit. Und idealerweise das Spiel halt auch ein paar Mal am Stück spielt, also jetzt nicht irgendwie wochenlang wieder Pausen dazwischen hat. Genau, sonst vergisst du eh die Effekte wieder. Genau, aber da sind schon echt coole Engines drin, die man eben halt auch bauen kann und auch ein paar wirklich sehr, sehr schöne Kniffe oder auch so Sachen. Wir dürfen ja auch in die Auslage nur eine bestimmte Anzahl an Karten haben, nämlich maximal so viele, wie die Rundenanzahl jetzt gerade ist. Und da sind natürlich so tolle Sachen drin, dass so ein Drache jemandem anderen eine Karte klaut, wo der zwar Punkte kriegt, aber die Person in dem Moment so froh ist, dass man eine Karte aus der Auslage da rauskriegt, damit man eben halt zwei neue Karten da wunderbar mit eintauchen lassen kann. Also da sind schon echt ein paar coole Sachen drin. Das Artwork hat mir auch nicht gefallen, ist überhaupt nicht meins, aber ich bin auch nicht so ein Manga-Fan. Das geht schon sehr stark so in so das Manga-hafte hinein. Ja, es ist tatsächlich ein Spiel für Leute, die im Engine-Building stark abtauchen. Und Glücksfaktor ist definitiv auch da, den du ja schon so beschrieben hast. Und es sind manche Frustrationsmomente da, wenn das Geld so gerade eben nicht hinhaut. Es gibt aber auch schöne Momente, wo du sagst, boah, jetzt habe ich so einen richtig coolen Zug gemacht. Und das passt auch gerade mit dem Geld, das ich rausgebe und wieder reinbekomme, um den nächsten Zug schon wieder vorbereiten zu können, sodass sich das so ein Stück weit vielleicht auch die Waage hält. Für mich wäre es aber auch nicht das Highlight am Kennerspielhimmel des Jahres, so wie es ursprünglich aus Essen damals rübergeschwappt ist, aber definitiv ein gutes Spiel. Ja, da schließe ich mich an. Also da sage ich auch nichts gegen. Ja, gespannt waren wir beide, auch wie Flitzebogen über die nächste Spielserie, kann man sagen, die ursprünglich bei 999 Games in den Niederlanden rausgekommen ist. Rainer Knizia ist der Autor und Amigo hat sich die Rechte gesichert. Und erst mal haben wir schon einen netten, innovativen Kniff. Wir haben ein Roll-and-Ride-Spiel, wobei wir mit den Stiften rollen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit denen wir dann hinterher auch schreiben. Und wir beide haben jetzt, glaube ich, ich habe Gärten ausprobiert und du hast das Spiel Riffe ausprobiert, die vom Grundprinzip ähnlich laufen. Wir würfeln erst mal mit unseren fünf Stiften, die unterschiedliche Farben haben und unterschiedliche Markierungen am Ende, also jeweils spezifisch auf das Spiel. Und dann wird abwechselnd ein Stift genommen, bis eben keine Stifte mehr da sind und mit diesen Stiften dann Ergebnisse auf dem Block eingetragen. Und dann ist die Person wieder dran und darf neue Stifte würfeln, die also den letzten Stift dann nicht bekommen hat. Und so versuchen wir eben halt, bei Gärten und bei Riffe eben halt verschiedene Sachen auszulösen. Also bei Gärten ist es so, dass wir ja eine große Fläche haben, die wir dann halt flächenmäßig ausfüllen müssen. Teilweise einheitliche Gärten, teilweise aber eben halt auch von allen fünf Farben eben Muster drin haben. Und wenn eine bestimmte Größe erreicht ist, endet das Spiel und dann werden die Punkte zusammengezählt, was mitunter halt auch schon mal sehr, sehr schnell gehen kann. Sich gegebenenfalls, wenn die Ergebnisse aber auch bescheiden sind, auch schon mal ziehen kann. Und das war auch so ein Erlebnis, was ich auch bei Gärten hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Riffen war. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir bei Riffen war. Ja, also da kann es auch schon mal schneller und langsamer dauern. Es geht ja darum, dass wir hier so Snake-mäßig irgendwie versuchen, Wege durch die Riffe uns zu schlagen sozusagen. Wir versuchen dabei irgendwie Münze und Schätze einzusammeln. Und da hat es dann auch natürlich oder gibt es die Möglichkeit, dass das einer auf eine bestimmte Farbe geht oder ein bestimmtes Ziel vorantreibt. Und dann kann man so das Spiel halt eben auch, ja, recht stark beschleunigen. Und dann sind die anderen dann auch ein bisschen überrascht, wie jetzt schon vorbei, weil man muss halt bestimmte, oder es gibt zwar unterschiedliche Endbedingungen, die man da halt eben erfüllen muss und oder beziehungsweise sollte, um das Spiel halt auszulösen und das Spielende auszulösen. Und dann ist es halt, ja, kann es mal manchmal überraschend sein. Aber ja, ich finde, es ist halt auch ausgeglichen möglich. So ganz so genau kann man es nicht sagen. Ja, es ist halt mal eine andere Art des Roll-and-Ride-Spiels, dadurch, dass die Stifte halt dann direkt auch genutzt werden. Die sind auch stabil. Also wenn jetzt jemand Schiss hat, dass die Minen da abbrechen, habe ich bisher noch nicht einmal erlebt. Ja, aber ist das bei dir nicht auch so gewesen, dass alle direkt eine totale Hemmung haben und sagen, Buntstifte wirft man doch nicht auf den Tisch? Ja, genau. Das habe ich bei jedem Spiel erlebt, mit immer neuen Spielen, die sagen, alle sagen so, nein, das machen wir doch nicht, da brechen doch die Mieten. Also wir sind alle, ich glaube, gleich erzogen worden. Genau, da sind hier Kind, pass auf deine Stifte auf. Genau. Du kannst nicht immer wieder einen neuen kaufen. Ja, ja. Und das, was mir auch noch aufgefallen ist, als leichte Kritik, man hat halt ganz schnell, wenn man so einen Stift aufnimmt, vergessen, was waren jetzt da an Symbolen abgebildet. Also das ist uns auch häufiger passiert. Also wenn du einen Würfel zu dir nimmst, hast du den vor dir liegen und da ist dann die Zahl und du nimmst einen Stift und schreibst dann irgendwas auf dein Blatt. Aber so hast du dann das nicht mehr vor Augen. Also das passiert halt schon mal ganz schnell, dass man vergisst, welches Symbol oder wie viele Symbole da. Ja, und man muss aufpassen, wenn man sich einen Stift nimmt, dass man nicht an die anderen stößt und die gegebenenfalls dann noch verrutscht. Das war auch schon mal so ein Ding, was da passiert ist. Ja, du hast was von Snacken gesprochen. Ich mache mal mit dem nächsten Spiel weiter, wobei es hier mehr um das Kaffeetrinken geht, nämlich Coffee Rush oder Coffee Barista von Korea Board Games beziehungsweise auf Deutsch bei Asmodee erschienen. ist ein Spiel von Euyin Han und kommt erst mal, wenn man es aufmacht, mit ganz, ganz tollem Material daher. Also wir haben so wunderbare Kaffeetassen, alles in Miniaturformat. Erinnert mich an die Puppenküche meiner Mutter von früher. Dazu so Zutaten wie Eiswürfel, Zucker, Kaffeebohnen, Schokolade. Also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus und macht optisch schon mal was her, auch auf dem Spieltisch. Das Spiel ist eigentlich relativ simpel und ich hatte, als wir das erste Mal gespielt haben, sofort das Spiel da Luigi im Hinterkopf, weil da schon eine gewisse Ähnlichkeit da ist, also was von Rüdiger Dorn mal bei Cosmos erschienen ist. Nur, dass dieses Coffee Rush noch ein bisschen komplexer ist von der Art und Weise, weil wir auch mehr Zutaten haben. Und wir haben eben halt ein kleines Café, da kommen Leute rein, wünschen sich eine Kaffeespezialität, das ist auch optisch sehr, sehr schick gemacht, passt irgendwie auch so von den Zutaten her zueinander. Und wir laufen jetzt auf einem, ich würde jetzt sagen, Einkaufsmarkt herum mit unserer Figur und können dort Schritte gehen. Wir können halt auch mit Abgabe von erfüllten Aufträgen unsere Qualität der Schritte erhöhen und verbessern, um eben halt Aufträge besser erfüllen zu können. So und so sammeln wir ja dann dementsprechend Zutaten ein, packen die in die Tassen hinein und hoffen, dass wir eben halt unsere Gäste möglichst gut und schnell zufriedenstellen. Blöderweise kommt jetzt folgender Zug hinein. Immer, wenn ich einen Auftrag erledige, freuen sich alle anderen am Tisch eben nicht, weil sie kriegen neue Aufträge hinein und dementsprechend wird das Café so nach und nach dann verstopft. Das ist am Ende auch ein Endkriterium, wenn nämlich ich fünf Gäste nicht bewirten kann, dann endet das Spiel sofort. Und diesen minimalen Frustrationspunkt, den hat man relativ schnell auch irgendwann erreicht. Weil wenn es bei den anderen gut läuft, dann hat man auf einmal so viele Aufträge, die man gar nicht lösen kann. Denn wir haben auch blöderweise nur drei Tassen. Wenn ich dann einen Auftrag halt komplett verloren habe und die Tasse ist jetzt voll mit irgendwelchen Zutaten, die aber nicht zu den anderen Aufträgen passen, die noch in meinem Café sind, dann muss ich das ganze Zeug einmal wegschütten und habe die Zutaten dann nicht mehr. Also hier muss ich halt schon mit viel Bedacht agieren und gucken, vorausschauen, planen, was kann ich tatsächlich erlauben, was kann ich erfüllen und was eben dementsprechend nicht. Wann hole ich mir noch Zusatzgratifikationen hinein? Wann lasse ich es am Ende? Weil wir haben nicht wahnsinnig viele Siegpunkte, die wir erspielen. Also pro Auftrag kriegen wir dann am Ende einen Punkt und wir kriegen aber auch einen Minuspunkt für die nicht erfüllten Sachen. Und da bleibt nicht wahnsinnig viel über. Also das Spiel war hinter zu Ende und ich habe, glaube ich, irgendwie drei oder vier Punkte gehabt und meine Tochter hat mit sechs Punkten dann gewonnen. Also vielleicht habe ich auch schlecht gespielt, das weiß ich nicht. Also ist mir aber in anderen Partien ähnlich gelaufen. Ich finde, das Material macht erstmal ein saugutes Gefühl. Es hat einen sehr, sehr hohen Administrationsaufwand. Man sammelt erstmal ein, packt alles rein, dann schüttet man, also wenn die Aufträge erfüllt sind, schüttet man wieder alles in die ganzen Boxen zurück. Man ist also permanent dieses ganze kleine Zeug am Sortieren, auch wenn da schöne Sortierboxen dabei sind. Mich hat es nicht so abgeholt, aber vielleicht war meine Erwartungshaltung auch viel höher, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Also das hat einfach auch damit zu tun, dass man viel zu viele Aufträge in das Spiel hineinschaufelt und man irgendwie das Gefühl hat, ja, man ist total überfordert. Das kriegt man gar nicht mehr geregelt. Und das ist so ein ungutes Gefühl. Also da, was ich sagen, müsste man wahrscheinlich nochmal schauen, hinter vielleicht mit Hausregeln spielen, um eben halt das Ganze ein bisschen entspannter auch durchführen zu können. Jetzt gibt es demnächst eine Erweiterung mit Kaffee und Kuchen. Vielleicht hilft die nochmal so ein Stück weit, das Ganze anders zu bewältigen. Muss man schauen. Ich würde dem Spiel immer noch weiter eine Chance geben, aber ich bin mittlerweile ein bisschen skeptischer als am Anfang, als ich einfach von dem superschönen Material ja vielleicht so einen Tick weit geblendet war. Geblendet, okay. Ja, also das Thema und das Material, das sind auch Faktoren für mich, wo ich eigentlich immer sehr neugierig war auf dieses Spiel. Aber dann bin ich dann doch ein bisschen vorsichtiger nach deinem Schilderung. Ja, das dritte Spiel, was ich mitgebracht habe, weiß ich gar nicht so richtig auszusprechen. Es heißt Rauha oder Rauha oder wie auch immer. Da müsste man mir vielleicht mal helfen, wie man das so richtig ausspricht. Ja, wir befinden uns da in einer Welt, in der wir als Schamane die Welt neu formen sollen, weil sie vorher halt eben unfruchtbar war und wir dem Ganzen nun ein neues Leben einhauchen sollen. Also das ist zumindest die thematische Einbettung des Spiels. Und ja, aber im Endeffekt spielen wir sehr schematisch, weil wir spielen über vier Runden und umrunden dabei unser Tableau, was jeder vor sich liegen hat. Also es ist ein sehr klaren 3x3-Raster besteht. Und ja, wir spielen dann immer über drei, ja, entweder Spalten oder halt Reihen, je nachdem, wo wir halt dann dran sind, bis es dann zu einer Wertung auf den Ecken des Tableaus halt jeweils kommt. Ja, und in den einzelnen Runden dürfen wir uns aus Biomkarten, die jeweils zwischen zwei Spielern liegen, ja, jeweils eine aussuchen und bin ich dann an der Reihe, dann lege ich diese Karte auf eins der neun Felder auf meinem Tableau halt eben drauf. Und ich kann die Karte aber auch alternativ abwerfen, falls sie mir nichts bringt. Das macht man aber eigentlich erfahrungsgemäß nur in Ausnahmefällen, weil lieber möchte ich halt den Effekt dieser Karte nutzen, denn danach kann ich immer die jeweilige Spalte oder Reihe aktivieren, die wir halt eben gerade spielen. Und da erhält man dann halt zum Beispiel Kristalle, das ist die Währung in dem Spiel, die wir teilweise halt eben zum Bezahlen von Effekten oder für das Auslegen von Karten bezahlen müssen. Oder wir erhalten Siegpunkte für die unterschiedlichsten Dinge, entweder einfach so als festen Wert oder für bestimmte Symbole, die wir auf unseren Karten sammeln. Symbole wollen wir eh sammeln, denn wenn wir es schaffen, in einer Reihe oder Spalte immer das gleiche Symbol zu sammeln, dann erhalten wir eine Gottheit, die uns sofort einen Bonus einbringt. Dann bekommt man so einen Chip, den man vor sich ablegen darf. Und das Schöne ist, liegt die Gottheit dann noch vor uns, wenn nach diesen drei Spalten oder Reihen diese Zwischenwertung eintritt, dann dürfen wir den Vorteil dieser Gottheit halt eben nochmal nutzen. Aber es kann halt auch sein, dass die uns in der Zwischenzeit abgenommen wurde. Ja, außerdem werten wir in dieser Zwischenwertung noch die Karten, die wir mit sogenannten Sporen ausstatten konnten. Diese kann man im Laufe des Spiels halt eben käuflich über auch solche Karten halt eben erwerben. Und ja, je mehr wir davon haben, desto mehr Karten können wir werten und halt eben dann Siegpunkte und weiteres Einkommen halt eben bekommen. Und ganz wichtig ist dann halt eben noch die Wasserwertung. Die ist auch sehr, sehr mächtig, weil hier vergleicht man immer die Zahl der eigenen Wassertropfen, die man auf den Karten halt hat, mit demjenigen, der die wenigsten hat. Und je nach Differenz ergibt sich dann eine Punktzahl, die halt ordentlich sich läppern kann während des Spiels. Also da ist es echt wichtig, dass man niemanden mit seinen Wassertropfen davonziehen lässt. Das ist dann ein Spielentscheidend. Also da müssen alle auch gemeinsam so ein bisschen drauf achten. Ja, auf diese Weise spielen wir die vier Runden. Nach der vierten gucken wir halt, wer die meisten Punkte hat. Und der hat natürlich gewonnen. Also ich hatte eigentlich vorher über dieses Spiel, bevor ich gespielt habe, gar nicht so viel gehört. Mich hat das echt positiv überrascht. Also es kommt auch in allen Runden gut an. Man kann es auch bis zu fünf Spieler spielen. Das funktioniert genauso gut, wie wenn du es zu zweit spielst. Es ist auch recht zugänglich, weil es so einen geradlinigen Ablauf hat und überall auch auf den Spielplänen und so weiter ganz klar eingezeichnet ist, was man zu tun hat. Also Ablauf, Wertungen, alles klar gegliedert. Man wird schön durch das Spiel geführt. Also ich kann das empfehlen. Hat uns allen gut gefallen, die mitgespielt haben so bislang. Also ich habe mir mit dem Tim schon ein paar, ich will jetzt nicht sagen Schlachten auf Board Game Arena gegönnt, aber das ist schon auch ein Stück weit konfrontativ, was da für Karten man auswählt und welche man dann doch dem Gegenüber lassen muss. und auch dieser kleine Kampf um die Gottheiten, das geht schon ordentlich zur Sache. Also ich fand das schon wirklich nicht schlecht gemacht. Es ist thematisch allerdings, ja, das geht auch. Keine Ahnung, was sein kann. Ja, das ist richtig. Nette Einpackung, aber das Thema erleben wir ja gefühlt nicht so richtig. Also das ist mein Eindruck. Nee, da gebe ich dir völlig recht. Aber wie gesagt, allein vom Spielablauf ist es eine schöne, geradlinige Geschichte. Das kann man wirklich gut spielen, auch in großer Runde. Also da muss es dann nicht immer ein Einsteigerspiel sein. Ich würde es hier schon auf Kennerniveau auf jeden Fall einordnen. Ja, da lobe ich mir doch jetzt das thematisch dichte Spiel, was ich jetzt noch vorstellen möchte, nämlich Patterns, was total abstrakt ist. Für zwei ist, also wir haben hier Farben, die wir ins Spiel bringen, ja, aber das ist dann auch, thematisch ist vielleicht noch die Decke, die wir auf dem Tisch erstmal ausbreiten. Das ist jetzt wieder hier so eine Besonderheit aus der ganzen Mandala-Reihe, die von Lookout da auch herausgegeben ist. Dahinter stecken Trevor Benjamin und Brad G. Gilbert. Bei der Decke war ich am Anfang so ein bisschen irritiert, ob man die jetzt erstmal bügeln sollte oder nicht, weil da ja so ein schöner Knick mittendrin ist. Wir haben es erstmal ohne gemacht, danach haben wir einmal das Bügeleisen geschwungen und es war erheblich besser und einfacher zu spielen. Und wenn man sich so die Regeln durchliest, denkt man, hm, das ist ja super simpel. Und wenn man dann das erste Mal das Ding gespielt hat, dann denkt man so, ach du Schande, was habe ich da für Fehler reingebaut und wie blöd kann man denn noch spielen? Also ich fand das, also nicht thematisch, sondern taktisch so dicht und so coole Sachen, die man da zaubern kann, wo man dem anderen Fallen stellt, was wegnimmt. Also es kann halt auch schon arg böse sein, wo man dem Gegenüber ja Sachen verbaut, die er sich da gerade vielleicht ausgedacht hat und man dann eben halt Steine dort oder Plättchen rausnimmt. Wir haben also dieses klassische Mandala-Prinzip, was wir ja schon kennen. Also wir haben sechs verschiedene Farben und wenn wir spielen, haben wir eben halt einen großen Satz an Chips, die erstmal auf der falschen Seite liegen. Und das, was wir machen, ist so nach und nach eben halt diese sechs Farben für uns in bestimmten Bereichen deklarieren und dann gilt es, diese Farben halt als Fläche auszubauen. Und wir haben die Möglichkeit, aus anderen Bereichen Farben erstmal in unseren Topf hineinzuholen, um sie dann wieder ausspielen zu können. Idealerweise aber so geschickt ausgeübt, dass wir diese Farben, die wir da hin und her tauschen, dann mit einer anderen Farbkombination für uns selbst super gut nutzen können. Und so wird nach und nach alle Farben, die halt umgedeckt sind oder verdeckt sind, die also ja so ein bisschen schattiert dann ausliegen, eben halt auf ihre richtige Seite gedeckt, bis hinter keiner mehr einen Zug machen kann. Und dann findet die Auswertung statt. Und die Farbe, die ich für mich als letztes deklariert habe, ist dann pro Stein, den ich in diesem Gebiet habe, also wobei der Stein, wo die Deklaration drauf ist, nicht mitzählt, halt dann sechs Punkte wert. Und die Farbe, die ich als erstes eben halt für mich eingenommen habe, ist nur ein Punkt wert. Da kann schon mal die erste kleine Falle sein. Am Anfang geht man natürlich vielleicht auf Sachen, wo möglichst viele großflächige Sachen halt schon liegen. Sollte man vielleicht am Anfang nicht machen, weil man dann sich eigentlich ein großes Feld sichert, das nur ein Punkt wert jeweils ist. Nicht ganz so hilfreich. Oder man spielt dann dem anderen sogar noch in die Karten, indem der dann einem diese Steine da wegräumt und sich selber dann von mir aus da ein Zweier, Dreier, Vierer fällt oder was auch immer zaubert. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich war überrascht, wie gesagt, über diese taktische Tiefe, die da drin steckt. Und ich habe es mit vier unterschiedlichen Leuten gespielt und die hatten etwa ein ähnliches Erlebnis. Am Anfang haben alle gedacht, so, was ist das denn? Das fühlt sich ja ganz komisch an. Und dann kommt auf einmal so diese Wucht dieses taktischen Erlebens. Wer auf Zweier abstrakte Spiele steht, die auch von der Dauer 15, 20 Minuten dauern. Also ich hoffe, man spielt jetzt nicht mit ganz üblen Grüblern, die jeden Zug komplett durchdenken. Aber das würde ich dann an dieser Stelle halt auch absolut ablehnen. Dann ist es ein schönes Spiel. Vielleicht nicht unbedingt für den Zug. Dafür ist dann die Decke dann doch zu groß. Aber selbst am Strand, wenn da jetzt nicht viel Wind ist, kann man das wunderbar irgendwo mitnehmen. Also ganz smooth oder im Café irgendwo spielen. Ein bisschen Platz braucht man natürlich. Aber mir hat es gut gefallen. Ja, definitiv. Daumen hoch da. Schließe mich total an. Also ich war auch sehr überrascht vom Spiel. Nach der ersten Partie hast du so viele Ausrufezeichen um deinen Kopf und hast dann verstanden, worauf es dann ankommt. Möchtest du es danach immer besser machen? Nee, fand ich super. Also als Zweierspiel absolute Empfehlung. Ja. Ja, was habe ich denn da noch dabei? War mir heute in Natur gar nicht dabei. Ui. Ja, in Cusco ist auch viel grün auf dem Spielfeld. Aber ansonsten... Also du enttäuscht die Fans natürlich massiv. Also ich hoffe, das werden wir jetzt nicht ganz übelst in den Kommentaren dann wieder erleben. Ich spoilere mal so viel. Ich glaube, für den nächsten Monat ist wieder einiges dabei, was in Richtung Natur ist. Gut, dann sollte die Fanseele ja... Geduldet euch noch ein bisschen. Dauert nicht mehr lang. Ja, ich habe als letztes Spiel ein Schwergewicht dabei. Die Nummer 5 der Stefan Feld City Collection von Queen Games. Die neue Version von Bora Bora. Das habe ich zwar auch mal gespielt, aber vergleichen kann ich es jetzt mit Cusco nicht. Dafür ist das einfach zu lange her. Ja, Cusco ist mit einer Komplexität von 3,67. Ja, finde ich schon eher ein Schwergewicht. Obwohl der Spielaufbau eigentlich relativ linear ist und man es auch gut anderen vermitteln kann. Es leitet einen dann halt eben auch ganz gut durch den Ablauf und das macht es dann auch schon wieder zugänglicher, als man vielleicht also am Anfang vermuten könnte. Ja, es handelt sich vom Mechanismus her um ein Würfel-Einsatz-Spiel, dass man dann über sechs Runden spielt und in jeder Runde hat man drei Aktionen halt mit seinen drei Würfeln. Und ja, die kann man auf unterschiedliche Aktionsfelder einsetzen, wobei halt der Clou darin besteht, dass man diese immer absteigend platzieren muss. Also haut jemand auf ein Einsatzfeld direkt von Anfang an ein Zweierwürfel, dann kannst du dich dahinter halt eben nur noch mit einem Einerwürfel hinsetzen. Und ganz krass in dem Spiel ist, also da musste ich mich am Anfang wirklich dran gewöhnen, du kannst die Würfel nicht manipulieren. Es sei denn, du spielst mit einem Modul, was mit dabei ist, und dann ist das möglich. Ich wollte gerade sagen, diese Karten finde ich schon ganz hilfreich. Ja, 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 aber es gibt halt noch so ein Modul mit noch so, wie heißen die, so irgendwelche Schnecken, und die kannst du dann auch noch einsetzen. Ja, ansonsten, was macht man so? Die Einsatzfelder bringen dir unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann ich jetzt nicht alles aufzählen, ich mache mal einen groben Überblick. Zum einen kann man halt eben, ja, damit sozusagen bezahlen, dass man sich über dieses Spielfeld bewegt und in Dörfern siedeln. Dort bekommt man halt am Spielende Siegpunkte und man kann Federn erhalten, die man für seinen Kopfschmuck braucht, den man da um sein Tableau herumbaut. Man kann Plättchen dort platzieren, die man halt von seinem Spielfeld abräumen will um dort Platz für zusätzliche Aktionsplättchen zu schaffen. Man kann halt eben als weitere Möglichkeit diese Aktionsplättchen halt kaufen. Man kann Priester in den Tempel entsenden, um da später die Mehrheit zu bekommen und ja, bei Rundenende jeweils irgendwie mit den Priestern, die man da hat, halt eben auch noch zu punkten. Man kann diese angesprochenen Federn auch erwerben, um halt den Federschmuck an seinem Tableau auszubauen. Und wenn man da bestimmte Bereiche gefüllt hat, dann darf man die aktivieren, um dafür auch wieder Punkte zu bekommen. Ja, und noch vieles mehr. Da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, was man da noch so alles machen kann. Was man kann, was du gerade beschrieben hast, ist aber genau der Ausdruck der Komplexität des Spiels. Es ist alles easy going zu verstehen, aber dass man eben so viel kann und das aber blöderweise gar nicht so viele Möglichkeiten bestehen, ist, glaube ich, das große Ding da drin. Das ist richtig. Nee, auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen wollte, auf jeden Fall gibt es am Ende einer Runde immer noch Wertungen, wo sich dann gegebenenfalls auch die Spielereihenfolge ändert, wo man auf einem Markt auch noch einkaufen kann, wo man Aufgabenplättchen erfüllt und dann halt eben auch neue erwirbt. Und ja, von denen kann man dann jede Runde eins erfüllen und kann natürlich auch wieder Punkte machen. Also wie du auch gerade schon angedeutet hast, Cusco ist ein sehr verzahntes Spiel, wie man es halt von Stefan Feld so kennt. Und wer dessen Spiele schätzt, wird ja auch nicht enttäuscht. Man benötigt halt seine Zeit für das Spiel. Also das verlangt in Vollbesetzung schon so seine zwei, zweieinhalb Stunden. Bei Grüblern natürlich länger. Aber ich bin ja Fangirl, muss ich ja immer wieder sagen. Ich finde es auch wieder toll. Wenn man Zeit und entsprechend Buße hat, dann ist hier jede Partie ein tolles Erlebnis, wo man wirklich jedes Mal wieder irgendwie neue Wege gehen kann. Und ja, da hat man viel Spielspaß, weil jede Partie sich wieder ein bisschen anders gestalten kann. Wichtig ist halt bei dem Spiel halt einfach nur, dass man zwei Dinge am Anfang weiß. Man sollte von Anfang an auch neuen Mitspielern deutlich machen, was am Ende zählt, damit die halt auch eine faire Chance haben, alle Punkte mitzunehmen, die man so braucht, um vorne mit dabei zu sein. Ich glaube, neue Spieler haben in dem Spiel eigentlich gegen alteingesessener so gut wie gar keine Chance. Habe ich anders erlebt. Echt? Okay. Also ich hatte so den Eindruck, dass man gute ein bis zwei Lernpartien braucht, um überhaupt Cusco so, also es sei denn, man ist von vornherein so ein Naturtalent und Karl hat beim Regellesen eigentlich alles schon drauf. Ich habe mich da schon schwerer getan, muss ich sagen. Auch wenn ich es als tolles Spiel empfinde. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht mehr in Vollbesetzung spielen. Also zu dritt finde ich es gut, zu viert fand ich es hui. Teilweise auch, wir hatten nicht nur Grübler dabei. Es war schon sehr lang. Und auch in Teilen sehr frustrierend, wenn man gerade hier beispielsweise bei dieser Dörfer-Ecke, wo dann die Leute hinter dir schön abgrasen, wo du da gerade lang gelatscht bist, wenn man da nicht mal irgendwann eine Karte spielt, um irgendwie so ein Stück weit, ich sage es mal, sich zu teleportieren, passt jetzt nicht ganz, aber es ist ja so eine Funktion, wo ich woanders hinspringen kann, um nicht diesen Schmarotzer da die ganze Zeit hinter sich zu haben, dann kann das schon echt nervig sein. Ja, das stimmt. Aber ein wahnsinniges Punktefest wieder. Am Ende hast du dann irgendwie wieder 200 irgendwas Punkte und das fühlt sich dann doch immer wieder sehr belohnend an. Ich muss aber an der Stelle sagen, dass Queen Games hier auch optisch wirklich was Schönes gelungen ist. Also ich finde das mit diesem Federschmuck sehr, sehr schick gemacht. Also Bora Bora finde ich vom Spiel her auch optisch sehr schön, aber Musco fand ich tatsächlich hier nochmal eine Aufwertung, auch vom Spielmaterial her. Ja. Ne, also wirklich ein tolles Ding, also kann man nicht anders sagen, ist wirklich wieder ein, ja, es ist wieder was Schönes zum Nachhausekommen, wenn man stehen, Fernfeldspiele macht. Ja, prima. Dann hatten wir zehn Spiele jetzt im Paket. Ja, das ist eine Menge. Ich hoffe, wir haben euch die eine oder andere Anregung gegeben. Wie immer haben wir natürlich auch Interesse daran, habt ihr die Spiele selber schon gespielt? Teilt ihr unsere Eindrücke? Oder was war denn bei euch im Monat? März ist ja eigentlich, also wir machen ja jetzt im April den März, wenn wir schon jetzt den, ja, praktisch die ersten anderthalb Wochen schon rum haben. Also was war denn bei euch so in letzter Zeit auf dem Spieltisch, wo ihr gesagt habt, hey, das müsst ihr unbedingt anschauen? Oder was war vielleicht eine Enttäuschung für euch, wo ihr gesagt habt, hm, hatte ich mir was ganz anderes runter vorgestellt? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Wir lernen ja auch davon. Und ich finde es immer spannend, wo man doch hier und da nochmal den netten Hinweis und kleinen Tipp bekommt für eine kleine Perle, die man dann plötzlich auch nochmal entdeckt. Also da habt ihr uns an der einen oder anderen Stelle eben halt auch schon ganz gute Hinweise gegeben. Ja, super. Dann beschäftigen wir uns im April wieder mit den Naturspielen, ne? Ich freue mich drauf. Okay, ich auch. Und auf Tim. Ja, genau. Und auf Tim natürlich. Gut. An dieser Stelle. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. 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 Tschüss.